Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich euch meine neue Brille zeigen. Die ist hier in diesen schönen Brillenetui drin. Ich hole die Brille jetzt raus. Das hier ist die Brille. Seht ihr? Ich werde die Brille jetzt aufsetzen. Und was sagt ihr zu meiner neuen Brille? Sieht doch gut aus, oder? So, das war's jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe euch hat dieses kurze Video unterhalten und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, wartet noch.